So, moini, da bin ich mit Alan Wake und wir sind hier auf Loot-Kurs immer noch. Ja, die Worte, die Worte, die Geschichte. Wir sind hier in seinem Albtraum gefangen und suchen hier nach unserem Loot. Denn ich habe gerade richtig schön so ein paar Leuchtfackeln gefunden. Das war mal was. Ihr seid aber derwe unterwegs. Nee, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Danke. Okay. Oh, ich habe eine Idee. Hier unten war doch mal... Wartet, 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 wartet. Hier ist ja so ein Fragezeichen und ich habe hier doch irgendwo so einen Müllwagen wegleuchten können vorhin einmal. Ich wollte hier einmal in der Ecke gucken. Ich weiß nur noch nicht, wo die Ecke ist. Schauen, ob wir wieder hinkommen. Dann gucken wir uns den Müllwagen nochmal an, ob wir da nochmal ein bisschen Loot finden. Der Koffer gerade war ja wohl der Oberhammer. Das war richtig gut. Achso, ich brauche das Licht hier dafür. Nee, obwohl... Moment. Ich glaube, das ist da vorne, das ist... Nee. Jetzt nach links. Jetzt nach links. Hier. Da ist die verschlossene Tür. Okay. Wo komme ich da hin? Da ist eine Lichtquelle. Oh, es ist... Wird auch nicht einfacher. Und es wird auch nicht weniger gruselig. So, jetzt hier. Ist die Lichtquelle. Ist das Auto. Und wieder links von uns. Warte, da hatte ich mich ja vorhin schon festge... ...geguckt. Nee. Dort. Dahinter. Jetzt hinter mir. Nee, wir haben hier noch irgendwo Loot. Da. Da ist der Koffer. Oh, wie gut, dass ich hier nochmal gucken gegangen bin. Guckt mal. Blendgranate. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Freunde. Nee, wie hier, so. Wow, toll. Mich irritiert, dass ich das Klebeband nicht mitnehmen kann, aber... ...ist schon okay. Tolli, tolli, tolli. Das gefällt mir. So, und nun. Nochmal auf die Karte gucken. Haben wir hier unten diesen Müllwagen. Da gehen wir schnell nochmal schauen. Und dann haben wir hier alles abgesucht. Für die Story nicht so relevant, aber... ...wie stark war das jetzt bitte? Dass ich... ...also eine Blendgranate gefunden habe. Eine Blendgranate. Äh. So. Gucken wir uns hier nochmal genau um. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wonach wir suchen. Nach einem Koffer. Naja, obwohl... Eigentlich weiß ich nicht, wonach wir suchen. Hier ist auch schon... ...Loot weg. Das habe ich schon weggekommen sammelt. Weswegen konnte ich jetzt das hier... Ist das hier überhaupt das Richtige? Nö. Okay. Hier ist kein Loot. Das brauchen wir nicht mehr. Total irrelevant. Wir wollen... Wo wollen wir denn lang? Hier entlang? Ja. Nee. Nee, nee. Nee. Nein. Wo ist das denn jetzt hier? Ich bin schon dran vorbei sogar. Aha. Aha. Oh. Danke. Ich fände es wirklich bezaubernd. Wenn ich dafür nicht immer Taschenlampe ausgeben müsste. Spiel sagt nein. Wirkung gefunden. Stark, 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 stark. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir, dass ich hier alles so viel Liebe abgesucht habe. Stellen wir uns hier nochmal ganz kurz hin. Und dann suchen wir uns das Wort mal raus. Das war das Wort hier unten. Wort der Wirkung. Das ist privat, erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10% stark. Hier nicht. Sorgt dafür, dass Ellen von Feinden um 20% schwerer entdeckt wird. Genial. Den Spieß umdrehen. Senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden. Die schießen nachher auf mich. Ach du Gemini. Bin ich sneaky in diesem Spiel unterwegs? Ich fühle mich so, als wäre ich hier gerade nicht sehr sneaky unterwegs. Aber wir machen das. Ah, wie schön. Und einmal speichern. Einmal speichern. Put, 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 put. Einmal zum Speicherraum. Nee. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die sind aber auch gruselig, ne? Wo bin ich, ist die Frage. Hier bin ich. Okay, und können wir jetzt nochmal mit Bika reden? Jetzt, wo wir hier alles aufgedeckt haben. Da freut er sich doch auch drüber. Ich habe deinen ganzen Loop gefunden. Ich danke dir. Das war unglaublich hilfreich. Hi. Ich habe deinen Loop gefunden. Dankeschön. Das war super gut. Hör bloß nicht auf zu summen. Das ist echt schön. Okay, wir können nicht nochmal mit ihm interagieren. Hier ist unser Koffer. Hier hast du selber schon gefunden, ne? Toll. Und sind wir jetzt, kann ich mal kurz gucken. Jetzt sind wir im relevanten Ort. Ja, das ist das. Schlossene Tür kriege ich so auch nicht auf. Okay. Auf geht's zu den Zielen. Benutze Licht, um in den Caldera Station zu gelangen. Caldera Station ist hier. Die Quelle ist inaktiv. Das war das Auto, ne? Das heißt... Das heißt... Müssen wir mal gucken. Äh, nee. Hier nicht. Achso, ich hätte eigentlich besser da lang gekonnt. Genau, und dann durch die Tür. Und dann bin ich da bei der Straße, wo auch das Taxi ist. Nee, nicht Taxi. Polizeiauto. Ja, du kannst die Tür nicht auftreten. Okay. Das heißt, ich muss die Lichtquelle von da nach hier bringen, oder? Oder nicht? Obwohl, hier kann ich ja auch das Licht klauen, oder? Aber ich will nicht das Licht vom Auto klauen. Außerdem steht hier doch auch, dass die Lichtquelle inaktiv wäre. Aktiv. Das ist ganz woanders, als ich dachte. Aber irgendwie hat er... Ich bin verwirrt. Bin super verwirrt. Und ich weiß gar nicht, ob ich darauf hinausgegangen bin noch weiter. Er hat hier überall... Er ist total irre geworden. Deswegen, die letzten 13 Jahre hat er hier überall sich selber... ...kleine Welten erschaffen und Nachrichten hinterlassen. Warnungen für sich selbst hinterlassen. Inaktiv. Dann nehmen wir das hier mit. Da rüber. Da außen und rechts. Ich bin zu weit gelaufen. Moment. Nein. Nein. Hier? Hier. Das hier ist der Eingang zur... Oh Gott, wie oft? Ne, Moment. 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 Hä? Was ist die ganze Zeit hier? Ich bin auch so ein Blindfisch meistens, ne? Hä? Keine Ahnung, Leute. Äh, kann ich das Licht von hier wieder mitnehmen? Wenn ich hier stehe, hier, 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 hier. Achso, okay, nee, es geht nicht. Gut, kein Licht für mich, ich verstehe. Ich hab ja ne Taschenlampe. U-Bahn-Station. Ich muss da ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. Okay, gerade ist es hier normal gruselig für so ein Öffi. Ich muss Licht finden. Ich brauch die zweite Lichtquelle von dem Auto. Viel mehr Lichtquellen hatte ich hier nicht. Richtig. Richtig. Uff, das wird, ähm, spannend. Ich hör's da schon. Wummern. Ich brauch die zweite Lichtquelle vom Auto. Und dann müssen wir rennen, schätze ich. Und dann müssen wir das ganz kurz einmal durchdenken. Ob das sinnvoll ist, mit der Lichtquelle vom... Ob wir es jetzt so stückchenweise machen. Ich glaub schon. Folgt die mir dann alle? Vermutlich schon. Bei einem Licht müsste ich doch sicher sein, oder? Das bedeutet nämlich, dass ich dies hier mitnehme wieder. Hier mein Lichtmacher... Ich einfach die ganze Zeit das nicht gesehen habe und dachte, der Müllwagen wäre das Problem. Wenn ich wirklich... Also ich denke, dass ich hier alles abgesucht habe. Wahrscheinlich habe ich die offensichtlichsten Sachen nicht gesehen. Es tut mir unendlich leid, dass ich so offensichtliche Dinge nicht finde. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht so einfach, hier im Dunkeln durch die Gegend zu tapern. Es ist die ganze Zeit so angespannt. So, Freunde der Nacht. Ich klau euch mal euer Licht und dann renne ich weg. Das ist der Plan. Ja, ja, ja. Tschüss. Find Alice. Du wirst hier sterben. Finde Alice. Schreibe nicht Return. Schreibe nicht Initiation. Okay, es war... Bislang... Nicht so schlimm. Wie ich gedacht habe. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal... Das Chaos an. Boah, ich bin so ein Blindfisch. Das ist unglaublich. So. Dann hätten wir es auch anders lösen können. Aber so bin ich jetzt auf Nummer sicher gegangen. Kopf einziehen. Enter with or by subway pass. Ich habe schon einen. Ähm. Okay. Eintritt nur mit einem gültigen Fahrausweis. So. Und jetzt treffen wir uns hier... ...mit irgendwem. Der Zugang zum Bahnsteig war versperrt. Ich hatte ein Ticket. Ja. Und außerdem... Hast du auch noch mehr? Kann ich das auch noch haben, bitte? Hallo? Bitte. Da, 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 da ist es. Super. Ja. Ich habe ein Ticket. Das sieht aus wie von... Weil das da alles auf dem Kopf gespiegelt ist. Das sieht aus wie von einer KI generiert. KI kriegt das ja auch nicht hin. Schrift. Also absichtlich, ne? Schrift. Zu generieren. Äh, darf ich das Licht mitnehmen? Oder stehe ich dann wieder vor verschlossener Tür? Ich verstehe... Ne, ne. Ich stehe wieder vor verschlossener Tür dann. Caldera Station. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halbvergessene Erinnerung. Ein Echo. Ein Echo. Ja, dann suchen wir doch das Echo. Pass da das Echo ein, indem du dich... Ah ja. Ach, ne schöne Sache, wie wir es gemacht haben. Eine Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Der Kult hinterließ mir Hinweise von einem Tatort zum nächsten. Und durch das Verbinden der Orte ergab sich auf der Stadtkarte ein grobes Bild. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patronen denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detektiv. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Du hast dein erstes Handlungselement, deines Echos, entdeckt. Du kannst es mit der Handlungstafel zur Realität umschreiben. Dann machen wir das doch. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Ich vereinte sie zu einer Geschichte, um einen Weg in die Tiefe des dunklen Ortes zu erschaffen. Enter. Cursor bewegen. Ah. Dinge ergaben auf einmal Sinn. Die Geschichte klang glaubhaft. Ein Fortschritt. Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Okay. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Hier sind überall diese Schattenwesen an der Wand. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Okay. Da können wir weiter. Ich gucke noch einmal in eine andere Richtung hier. Da war ein F. Oh. Vom FBI-Agenten. Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hatte ihn verschlungen. Welcher FBI-Mann? Also nicht unser... Casey. Oha. Man sieht es richtig. Hier wurde er das erste Mal getroffen. Dann ist er hier nochmal erschlagen worden. Und dann ist er weiter in die Richtung gegangen. In diese Richtung wurde es jetzt auch erweitert. Deswegen wollte ich einmal kurz gucken. Hallo, Tür. Abgeschossen. Da ist noch was Schönes. Leer. Boah, sehr schön. Heilung. Na komm schon. Toll, jetzt haben wir es umgeschrieben. Das ist doch wundervoll. Sollen wir jetzt hochgehen und unserem Kumpel Bescheid sagen? Dem Beaker? Erstmal heile ich mich, glaube ich, ne? Ui, 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 Alan. Ich habe mich dagegen entschieden, Beaker Bescheid zu sagen. Weil ich glaube, dass da weiterhin nichts ist. Auch wenn er uns so geholfen hat gerade. Da habe ich nicht, dass wir gesprochen mit ihm halten müssen, weil Alan Wake ist der Protagonist. So, genau gucken. Nicht nach Details suchen und den... Nicht den Wald vor lauter Bäumen verlieren. Ich glaube, da ist es auch vorbei. Nein, 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 oh Gott. So wie die ganze Zeit über. Wo ich einfach einen Eingang... Hier ist ein... Nullter Hinweis. So ein Schildchen, was bei Tatorten aufgestellt wird. Okay, Augen gut offen halten. Ah, oh Gott. Nein. Uff. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal so dolle geschrien habe. Kreis. Ich glaube, die Nachbarn haben das gehört. Zum Glück sind die oben gerade nicht da. Schnell speichern. Gibt es hier in der Kiste was? Nee. Oh, habe ich mich dort erschrocken. Ich brauche kurz einmal drei Sekunden hier durchatmen. Das war echt derbe. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich... Nee. Immer wieder die falsche Taste drücke. Und dass ich vor allem hier mal ein bisschen... Das habe ich auf die Eins. Das habe ich auf die Drei. Das habe ich hier. Das sind Leuchtfackeln. Das ist eine Blendgranate. Ich nehme die Leuchtfackeln. Mal in die Schnellauswahl. Auf die... Ja, auf die zwei, solange ich keine Schrotflinte habe. Ich habe immer noch die Schlüsse vom Hausmeister. Den brauche ich anscheinend nicht mehr. Okay. Folge der Blutspur. Suche nach dem Kult. Oh mein Gott. Fünf. Meint Alice. Moment, ich bin von hier gekommen. Krass, habe ich mich erschrocken. Eine Karte. Sehr schön. Ah, okay. Da bin ich. Haupttunnel. Ich... Keine Ahnung. Behälter. Behälter. Verschlossene Tür. Sagt mir sowas von gar nichts gerade. Scratch. Können wir theoretisch hier an den Wänden noch mehr lesen? Bin der Alice. Scratch. Du wirst hier sterben. Kult Symbol. Alice. Da hat er sie aber künstlerisch hier verausgabt, Mensch. You lost her. Ja, ich habe sie verloren. Lost Mr. Scratch. Find Alice. Da ist ein gelber Pfeil. Da ist ein gelber Pfeil. Da. Dankeschön. Das geht ja auch ohne Taschenlampen zu verschwenden. In Worte der Hilfe. Fackelträger erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtfackeln um 13 Prozent und die Dauer um eine Sekunde. Notaufnahme erhöht die Wirksamkeit von Traumakissen. Oh ja. Erhöht die Wirkungsdauer von Schmerzmitteln um eine Sekunde. Hm. Hm. Ja. Sehr schön. Danke. Danke. Hier leuchtet Licht. Und hier ist es vorbei. Aber hier habe ich noch einen Koffer. Hallo Koffer. Wow. Sehr schön. Ich dachte gerade, hier wäre eine Thermoskanne. Diese Schatten, die überall in die Wände gemalt sind, ne? Eigentlich passiert ja gerade die ganze Zeit über gar nichts. Nichts Großes auf jeden Fall. Ich bin trotzdem unglaublich gegruselt von diesem Spiel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Das würde mich super toll freuen. Und auch einen Daumen nach oben würde mich total freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020